Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. So schaut es aus, wir haben heute neue Goldhelden, die von 92 Silber auf Gold upgradebar sind, auf 97. Wir haben vier neue Primetime-Karten, die wir uns anschauen müssen. Davon wirken sich auch drei direkt aufs Team of the Season aus. Und wir haben einen neuen Hoodrush, wo auch dann schon die nächsten Stanley Cup-Playoff-Helden geteasert werden. Los geht's, also den Anfang, Macht von den New York Islanders. Der jetzt 97er Dennis Podwin, Upgrade-Verfahren bleibt wie immer gleich, ihr braucht den Silberhelden und zwölf Icon-Collectables. Also Dennis Podwin ist ein rechter Verteidiger, 1,83 groß, 93 Kilo, hat hier dreimal Funke und dreimal Flügelmann. Also, Problem ist bei dem, also Schuss perfekt, Hände perfekt, in der eigenen Zone perfekt, Stick checken, alles perfekt. Was halt wirklich abschreckend ist, ist eigentlich Skating, dass es von Haus aus nur bei 88 Beschleunigung ist. Geht dann aber mit dem Wingman auf 95, ist vollkommen in Ordnung, Endgeschwindigkeit bei 92. Ja, kann man so lassen. Also, da gab es bessere Goldhelden, wo ich den Upgrade machen würde, als von Dennis Podwin jetzt. Aber trotzdem, wer den hier machen kann, hat auf jeden Fall keinen falschen geupgradet und hat auch die ganzen, ja, doch einen guten Spieler bis zum Ende des Spiels drin. Wie gesagt, ich persönlich würde den Upgrade nicht machen, da gibt es bessere Optionen. Aber wer den trotzdem macht, hat hier auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Dann haben wir von den Montreal Canadiens auch einen Verteidiger und zwar den 97er, gleiche Position, sogar den 97er Larry Robinson. Auch er ist ein rechter Verteidiger, 1,93 groß, 102 Kilo mit dreimal Barrage und dreimal Magier. Die Hände sind nicht ganz so gut bei ihm, geht dann mit dem Magier aber auch Richtung Perfektor. Also, der hat zwar die gleiche Geschwindigkeit und die gleiche Beschleunigung eigentlich wie der Podwin vorher. Der wäre mir aber tausendmal lieber, weil er halt einfach 1,93 groß ist, Bodycheck macht, perfekter Schuss. Gut, man macht das alles dann auch perfekt. Hände dann auch perfekt, außer Hand-Augen-Koordination, okay. Also, der wäre mir hier auf jeden Fall lieber. Ich habe den Bronzehelden damals gehabt. Problem bei dem echt, dass jeder Check, sei noch so fair, war faul. Deswegen habe ich den dann nicht weiter geupgradet. Aber wer hier für die dritte Reihe dann auf jeden Fall oder für das dritte Defense-Paar einen Verteidiger sucht, der einfach nur zerstören kann, nur zerstören wird und nebenan jemanden hinstellt, wie Queen Hughes, wie Kay Makar, der wo schnell ist und klein. Von mir aus noch den, den wir waren jetzt auch so klein, der 1,78 war. Keine Ahnung, aber der ist auf jeden Fall eine gute Karte. Aber wer hätte für mich den Vorzug vor dem Dennis Podwin auf jeden Fall? Den Abschluss von unseren Goldhelden macht auch natürlich einer meiner Lieblinge natürlich, wie soll es anders sein, unserer Channel-Manager, der 97er Joe Sakek von meiner Avalanche. Ein Center, 1,80 groß, 88 Kilo, dreimal Verteiler, dreimal Magier. Ja, ein Face-Off 99, Schuss bei 99, Hände bei 99, Body-Check nur bei 87, okay. Das war der einzige Abturner, aber das war es dann auch schon. Aber Endgeschwindigkeit ist dann 97, Endbeschleunigung ist bei 99, ist auch ein rundumperfekter Magier, wird hier gar nichts mehr machen. Nö, gar nichts, machen wir das mal aus. Also Magier ist hier eigentlich nutzlos. Wer da noch eine Karte hat, die auch noch einmal Magier hat, das langt dann schon, dann hilft der Magier wenigstens der anderen Karte noch. Joe Sakek hilft es überhaupt nicht. Aber auch hier, fantastische Karte, auch am Center einsetzbar, mit 99 am Face-Off. Ich habe mir mal als rechten Flügel spielen lassen, mit der Geschwindigkeit, mit der Beschleunigung, mit dem Schuss. Also für mich wäre er ein Flügelspieler, ein rechter, weil er halt auch keine 1,90 groß ist. Deswegen, aber man kann auch getrost als Sender einsetzen. Also geile Karte auf jeden Fall, wer den Upgrade hat. Das sage ich nicht nur als Avalanche-Fan, sondern auch als neutraler Beobachter. Hier auf jeden Fall die Empfehlung wert, hier diesen Joe Sakek auf 97 abzugraden. So, jetzt haben wir noch ein paar, oder vier, vier waren es, vier Primetime-Karten, die gestern rauskamen, oder heute rauskamen, wir sind noch heute. Und wir fangen mit dem mal an. Auch gewürdigt, also auch mit Recht, dass die Karten rauskamen. Der Anfang macht von den Boston Brogings, der 97er Taylor Hall, rechter Flügelspieler, 1,85 groß, 93 Kilo. Sagen wir mal, zweimal Gladiator, okay, jetzt nur in der Phase, wo dann die Primetimes auch doppeltes Synergien kriegen anscheinend. Sehr geil. Sagen wir mal Gladiator, einmal Shutdown. Ja, das ist eine 99er-Karte, einzige Upturner immer noch hier, und das war wirklich der einzige Upturner seit der 92er-Blockbuster-Karte, seit die Widerstandsfähigkeit nur bei jetzt hier 79 ist, geht mit dem Verteiler noch ein bisschen hoch, aber sonst ist es eine rund um 99er-Karte, also sehr geile Karte. Wie gesagt, ich hatte damals die Blockbuster-Karte, die war aber noch von Arizona, glaube ich sogar, war nicht mal Buffalo, war Arizona noch. Aber trotzdem, wer diesen Taylor Hall hat, hat auf jeden Fall seine Freude damit und hat ihn auch bis zum Ende des Spiels in seinem Line-Up. Der andere von den Boston Bruins, der noch als Primetime rauskam, ist der 97er Brad Machant, ein rechter Flügelspieler, 1,75 groß, 82 Kilo mit zweimal Hawitzer und einmal Gladiator. Also das Echte schaut echt so aus, das wäre das jetzt immer doppelt. Gut, nehmen wir so auch eine rund um 99er-Karte mit allen drum und dran. Gladiator bringt die Stärke nochmal hoch, gut, das merkt man nicht mehr, weil mit dem Funk geht es eh hoch. 95 Beschleunigung und dann 97 Geschwindigkeit, auch eine fantastische Karte für den rechten Flügel, wer den hat, oder wer den hat, hat auch bis zum Schluss ausgesorgt. Klar, ein bisschen klein ist er, aber das soll er durch seine Zähigkeit auf jeden Fall wieder ausbügeln können. Damit auch die Team-of-the-Season-Karte von Brad Machant, hier auch hoch auf 97, ja, ist die gleiche Karte im Endeffekt. Hier, die ist nochmal besser, weil die nochmal den, obwohl der andere hat Hawitzer gehabt. Nein, nimmt sie nicht mehr viel. Shutdown bringt hier auch nichts, wirklich. Also eigentlich fast die gleiche Karte, klar, der bringt viermal Verteiler mit, das ist halt der große Vorteil. Aber von der Karte an sich, es sollte die auf jeden Fall billiger zu haben sein, ist aber der gleiche Spieler. Also wer jetzt nicht viermal den Verteiler braucht, ist mit der hier genauso gut aufgehoben und die wird vom Preis her, wie gesagt, deutlich billiger sein. Können wir mal schauen, ob es schon einen gibt hier. Wollen wir es selber mal interessieren. Wobei ich gerade das Budget habe, 650, okay, nehmen wir mal 650. Natürlich kein Meilenstein, die Karte kam gerade erst raus, da muss man einen anderen Maßstab nehmen, auf jeden Fall 650, ja, die ist schon 700, 505, am besten die gleich kaufen, okay, na gut. Also, wie gesagt, die sollte trotzdem noch vom Preis her fallen, die Primetime-Karte, und ist die gleiche Karte. Selbst wenn irgendwann der 98 rauskommt und die Team of the Season steigt, die ist die 97 trotzdem im Schnitt 99 mit allen Synergien. Also, gar kein Grund, jetzt hier nochmal eine weitere Karte zu kaufen. Gucken wir mal auf den Vorgänger, das war dann die 95er von beiden sogar. Ja, wahrscheinlich genauer war nicht ganz so schnell, okay. Aber beim Haul macht es auch wenig aus, also die war auch schon komplett auf 99 eigentlich, außer Faceoffs und eben die Widerstandsfähigkeit. Also, alle Karten, wo jetzt über 95, 96 sind, sagen wir mal, sind Endgame-Karten, da macht es nochmal echt keinen Unterschied, ob ihr die 96 oder die 97 oder dann die 98 gehabt, nicht wirklich einen Unterschied. So, die beiden Primetimes, die wir heute noch haben, von meiner Avalanche, war bis um dreiviertel siebenmal früh vor meinem Fernseh-Kog, hab das Spiel gegen St. Louis geschaut, war, ja, war gut, aber war eine lange Nacht. Anfang macht hier der, hier steht immer noch Left Wing, ich sehe ihn immer noch als Center, aber gut, der 94er Gabriel Landeskog, ein rechter Flügelspieler hier, 1,85 groß, 92 Kilo mit Summer Workhouse und einmal Magier. Er ist halt, wie gesagt, er ist eigentlich, eigentlich ist er ein Center, deswegen ist er nicht ganz, kommt nicht ganz so flott vom Fleck hier, also Schutz zwar im hohen 90er Bereich, hängt er auch mit Synergien an, Endbeschleunigung ist bei 95, Endgeschwindigkeit nur bei 91. Ja, ich muss sagen, ich finde diese Karte nicht so toll, muss ich echt sagen, also, naja gut, Vergleich dazu, nehmen wir gleich die Team-of-the-Season-Karte, die dann auch auf 94 gestiegen ist und die ist natürlich perfekt, weil mit Harden soll und Deepan hat er 95 im Faceoff, damit ein idealer Center, also geile Karte, wer die hat und jetzt das Spiel anmacht und merkt, oh, die ist ja 94 gestiegen, Glückwunsch, ich hoffe, dass er noch weiter steigen wird, also auf jeden Fall, hier ist echt der Unterschied deutlich, beim Marchand war es nicht so groß, hier ist der Unterschied echt deutlich, was auch durch die Synergien kommt, dass der Team-of-the-Season-Karte eindeutig die besseren Synergien hat und ihn noch wirklich zu einem Center macht, wenn er alle Synergien anhabt. Des Weiteren kam noch die 98er Nathan-McKinnon-Karte raus, er ist ein Center hier, 1,83 groß, 91 Kilo, Sommer Harden soll einmal Shutdown, selbst mit Harden soll ist er eigentlich trotzdem kein Center und wer halt auch 96 Beschleunigung, 96 Geschwindigkeit von Haus aus hat und dann im Endeffekt auf 99 geht, ist natürlich ein linker Flügelspieler, so wie es in Wirklichkeit auch ist, Hände perfekt, Schuss perfekt, Bodychecken geht dann mit Funke und Shutdown auch auf perfekt hoch, also auch eine Endgame-Karte, mein gut, das war die 96er auch schon, aber sehr geile Karte, Team-of-the-Season damit auch von 97 auf 98 gestiegen, da würden die Synergien, die dabei sind, gar nicht viel ausmachen, hier Bodychecken geht damit auf 99 hoch, der Rest bei der anderen Karte auch auf 99, also beide Karten auf jeden Fall, sehr geil und auch wer hier die 97er von Nathan McKinnon hatte, oder hat, ja hatte, Glückwunsch, ist jetzt bei 98, ich hoffe, die geht noch in den nächsten, in den nächsten, ja in den nächsten 3, 4 Wochen auf 99 hoch, dann wäre die Avalanche noch mit dabei, so das waren die Primetime-Karten, es kamen noch ein paar so Alumni-Karten raus, aber auch so wie die Mike Richter-Karten, jetzt nicht wirklich was dabei, wo man jetzt zwingend empfehlen muss, Grizzly war noch mit dabei, Jordan Stahl, Ryan Graves, heute Nacht einen geilen Safe-Cup, ist hier auch gewürdigt worden, kriegt eine 83er Primetime-Karte, aber keine Karte, die man jetzt unbedingt braucht, aber gern mal den Save, da war Grubi schon geschlagen, da hat sich der Graves noch über die Linie gehechtet, hat den Puck rausgefischt, also war so ein Game-Changer auf jeden Fall, so ein neuer Hood-Rush haben wir hier, also, und damit wissen wir auch schon, wer die nächsten, nächsten, ja, Stanley Cup-Playoff-Helden sind, die am Freitag rauskommen, wir haben hier einmal von den Carolina Hurricanes, den Stanley Cup-Sieger von 2006, Eric Stahl, hier geht's um mit drei Dritteln jeweils eine Minute, ihr müsst Wrap-Around-Schüsse machen, fünf Stück, fünf Schüsse blocken, jetzt bleibst du da weg, zehn Spiele gewinnen, zehn Jump-Deaks, das kann man wahrscheinlich in fünf Sekunden machen, gut, und, ähm, Tore schießen, die durch einen, durch die Beine pass als Vorlage kamen, 15 Mal, dann gibt's hier 260.000 Punkte am Schluss, gucken wir uns gleich mal die, die, die Eric Stahl-Karte an, haben wir jetzt auch noch keine Synergien dazu da, also hier auch klassischer Center, für den hoffe ich echt, dass die Karte wirklich, Heart and Soul oder, oder Deep dabei hat, oder am besten beides, damit das Face-Off-Rating noch hochgeht, der Rest alles bei 99 im Schnitt, klar, er ist langsam, aber er ist auch 1,93 groß und ist ein Center, also von dem her, aber 90 Face-Off, da müsste, wie gesagt, eine Synergie dabei sein, wenn man, wissen wir, wie gesagt, noch nicht, die dann wirklich dann nochmal das Face-Off-Rating hochgeht, auf, wie gesagt, Herz und Seele, Deep, eins von beiden, oder am besten beides, dann hier auch perfekter Center und wer dann jetzt dann irgendwann soweit ist und dann die, wenn die, wenn die 8 Wochen rum sind und mit diesen, dieses 97er-Pack da öffnen kann mit, was waren das, 12 Gold-Collectibles und diese 40, Stenica-Playoff-Collectibles und noch einen Center braucht, ist auf jeden Fall mit Eric Stahl gut aufgehoben, auch wenn es noch ein bisschen dauert, aber ist auf jeden Fall gut aufgehoben. So, der zweite Modus, das Ganze geht im Threes-Verfahren, genau, habe ich noch vergessen zu sagen, der zweite Modus ist zwar auch 3 gegen 3, aber das Ganze auf Großfeld und hier Featured ist hier der Stanley Cup-Sieger von 2009, der Bruder Jordan Stahl. Hier müsst ihr, wie gesagt, einmal 3 gegen 3 aber auf Großfeld, Ziel ist, wer zuerst 4 Tore schießt und hier die Aufgaben dazu, 6 Tore mit einem Deak, 10 Spiele gewinnen, 15 Poke-Checks, 25 One-Timer-Tore, 25 Face-Offs gewinnen, dann gibt es hier 270.000 Punkte, weil es manchmal so unterschiedlich ist. So, wir gucken mal auch uns die Jordan Stahl-Karte an. Also, er ist hier auch als, ja, hier ist andersrum, er ist hier auch als Center gelistet, hat 99 am Face-Off. Wäre mir fast sogar lieber, muss ich sagen, wie die andere Karte, wie gesagt, kommt auch an, was für Synergien da mit dabei sind am Schluss, aber auch hier, Jordan Stahl oder Eric Stahl würde sie nicht viel nehmen. Persönlich würde ich Jordan Stahl nehmen, einfach aus Sympathiegründen, aber sind beide Karten natürlich absolut fein. So, kommen wir jetzt zu den Belohnungen, die es gibt hier. Und wie gesagt, wie schon groß angekündigt, wir werden, ich werde kein Pack öffnen, Lodinger 1993 wird kein Pack öffnen, außer diese Ein-Gold-Spieler und diese Customization-Choice-Packs und auch die My-Collectible-Packs, aber alles andere, was hier an Packs drin ist, heben uns alles für Freitag auf, Rivals-Belohnungen, Hood-Champs-Belohnungen, Squirt-Bell-Belohnungen, Freitag hier, volle Röhre, Pack-Opening, auch hier kurz nach 11 wieder, erst die neuen Spieler, von denen wir ja schon zwei zumindest gesehen haben und dann eben Packs, 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 so lang, bis der Controller leer ist. Ja, also was gibt es hier alles? Ein-Gold-Spieler, Customization-Packs, Mini-Packs, zwei My-Collectibles, ein paar Münzen, dann die üblichen Gold-Spieler, drei My-Collectibles, Basis-Park, Prime-Pack, ein Gold-Spieler, viermal Mai, okay, also kann man schon mindestens noch das zweite, oder wer doch noch das Glück hatte und den Keandre Miller oder den Caprice auch zu machen, mir haben ja dazu dann drei April-Collectibles gefehlt, wie ich erst vorgestern gemerkt habe, aber gut, selber schuld, vier Gold-Spieler, zwei Gold-Spieler, Jumbo Premium-Park, fünf My-Collectibles, Premium-Park, drei Gold-Spieler, Mini-Players-Park, mittendrin dann ein Icon-Collectible, auch geil, drei Gold-Spieler, Prime-Pack, vier Gold-Spieler, Prime-Pack und ganz am Schluss steht ein Jumbo Premium-Park. Das Ganze geht auch wieder über zwei Wochen, die einzelnen Spiele, die einzelnen Spielmode gehen nur über sieben Tage, das heißt, da wird dann auch ein Refresh kommen, wie wir es eigentlich schon gewohnt sind. So, ich werde jetzt heute eigentlich nur Hood-Rush spielen, damit ich da schon mal durch bin, Squad-Battles bin ich schon sicher, Elite 1, im Rivals war ich bis kurz vor Schluss, im Ultimate-Rang noch, bin dann noch aber rausgeflogen, konnte dann auch keine, keine Spiele mehr machen, da habe ich dann null Punkte bekommen dafür, da war dann die, die Anzahl der Spiele, die wir machen, gerade vorbei, habe ich bisher auch noch nicht gehabt, aber, ja, ist halt so, kann man so machen, deswegen werde ich jetzt erst noch ein paar, die täglichen Aufgaben erfüllen, dann volle Lotte Hood-Rush spielen, wie gesagt, Squad-Battles, bin ich eigentlich schon durch soweit, da habe ich gerade schon, ja, genug Vorsprung, weiter hoch komme ich auch nochmal, ja, können wir nochmal den Refresh machen, zumindest, ja, 677, die werde ich wahrscheinlich morgen Mittag irgendwann spielen, einfach wegen den 800 Münzener, oder so nebenbei laufen lassen, alle Ziele habe ich schon erfüllt, von dem her, ist es so nebensächlich, Hauptsache jetzt erstmal, im Hood-Rush vorankommen, spart schon wieder Zeit, für die nächsten Wochen dann, oder für die nächsten zwei Wochen, ja, gut, das war es auch von mir jetzt, heute schon wieder, morgen haben wir ein Team der Woche, wie gesagt, kein neues Team der Woche, da sind wir schon lange drüber, wir haben ein Team der Woche, wir haben morgen keine Belohnungen, weil die heben uns, wie gesagt, auf, und, ja, schaut bei YouTube vorbei, at NightwCW Gaming, habe ich da, gestern waren sogar zwei Videos hochgeladen, und, ansonsten, morgen wieder, kurz nach 11, hier, live bei Twitch, und dann im Anschluss auch eben bei YouTube, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, und denkt immer dran, sauber bleiben, ja, so schaut's aus, schönen Abend noch, ciao, und dann, Untertitelung des ZDF, 2020